Der Glitzerglobus 3000 wird der Hint auf der Party. Was ist denn hier los? Es tut mir so, so leid, Miss Glam. Wir haben den Glitzerglobus aus Versehen angemacht und jetzt können wir ihn nicht mehr abschalten. Aber wir haben auch gute Neuigkeiten. Wir wollen ihn kaufen. Ich hoffe, du bist nicht wütend. Ich glaub's einfach nicht. Was habt ihr gemacht, damit der Glitzerglobus 3000 so viele Seifenblasen produziert? Das ist der Wahnsinn. Ach echt? Ja, das ist ein Seifenblasenparadies hier. Aber das hier ist genug, oder? Ich meine, wie stellt man das ab? Ganz einfach. Glitzerglobus 3000, die Party ist vorbei. Einfach so? Ja, erst sprachgesteuert. Zum Anschalten sagt man, hey, was ist das? Die Party ist vorbei. Seht ihr? Easy. Oh, oh, guckt mal, es ist schon Viertel vor zwölf. Oh, keine Chance. Wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig zur Bulldrop-Party. Wir verpassen die Party? Oh, schade, wo ich mich doch so drauf gefreut hatte. Ja, ich auch. Niemand verpasst hier eine Party, solange Miss Glam im Haus ist. Vergiss diese Hamster mit Partyhütchen oder ein Feuerwerk, das man aus dem All sieht. Das hier ist die beste Party ever. Denn alle meine Freunde sind hier. Hallöchen, Queens, hier bin ich schon. NYE Queen. Die Silvester-Diva der Extra-Klasse. Hier? Ich glaub's einfach nicht. Weißt du, ich bin immer auf der Suche nach den besten Silvester-Partys der ganzen Welt. Und Queens, die hier gehört dazu. Die beste Party aller Zeiten. Dann wollen wir jetzt mal richtig aufdrehen.